Was gibt es Schöneres als, zumindest für meine Verhältnisse, früh am Morgen sich von einer Zuckergussfrau und ihrem Schloss eine mitgeben zu lassen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Cuphead. Und ich glaube, das sagt alles, oder? Wir verschwenden keine Zeit, wir gehen da rein. Ich bin gespannt, ob mein Gehirn in irgendeiner Form das Gelernte adaptieren konnte. Aber wird schon. Ah, guck mal, das ist schon mal ein guter Start. Den finden wir gut. Und ich sehe schon, komm, das ist jetzt bei dem. Wenn ich mich jetzt von ihm hätte treffen lassen, das wäre sehr unglücklich gewesen. Sehr schön, guter Start. Jetzt hätte ich gerne dieses fliegende... Nee. Scheiße, das war... Ah, genau, die Bohnen, hätte ich fast vergessen. Oh Gott. Oh Gott, ich habe mal komplett reinge... Oh nein. Ja, egal, ist ein Reinkommen. Ist ein Reinkommen. Alles gut. Nur nichts zu sagen. Hallo, herzlich willkommen zurück bei Cuphead. Jetzt nochmal richtig. Nochmal bitte den... Ja, okay. Am Anfang... Am Anfang kann man auch den kaputt machen. Ich habe... Warum tue ich mich denn gerade mit ihm so schwer? Ich finde den ganz schlimm. Also... Ich finde gegen den irgendwie keinen vernünftigen... Ich möchte halt immer möglichst viel treffen. Obviously. Ich habe das Gefühl, bei seinem Move-Pattern muss ich so ein bisschen das in die Länge ziehen, den Kampf. Da kann ich nicht... Weil ich möchte dann so jetzt direkt vor ihm sein, dann wenn er über mir ist, so ihn möglichst gut treffen. Ja, den wollte ich eben haben. Das ist gut. Damit können wir arbeiten. Oh, hier weg mit ihm. Geht hoch. Oh, geht zu hoch. Sehr schön. Oh Gott, fast. Fast in die Bohne. So. Oh, no. Ja, Schicksal. Vorsichtig. Okay. Alles ist gut. Ja, ja, ja. Haben wir unter Kontrolle. Machen wir jetzt. Müssen springen. Wir müssen dodgen. Nein. Oh. Oh, den finde ich... Ich glaube, das ist der Schlimmste, den sie da rausschicken kann, der Typ. Oh. Ja, okay. Also, ja, ich weiß. Nach dem, was ihr bisher gesehen habt, ist das wahrscheinlich der Schlimmste. Da seht ihr das, was ich meine? Ich kann nicht so schön konstant... ... ihm eine mitgeben. Sind immer diese Pausen, wo ich weglaufen muss, weil der... ... mir konstant hinterher fliegt. Oh, das wird nervig. Ich kann auch nie nach oben zielen. Da ist eigentlich gar keine Zeit für. Aber na gut. Da muss man den halt einfach so killen. Da muss man einfach mal ruhig bleiben. Ne? Oh, ja. Bleib mal ruhig. Ja, die Waffel. Wenn wir das jetzt... Wenn ich das vernünftig mache, kann das gut sein. Oh, das ist ein... Ja, aber gut gelöst. Äh, müsste gleich eine Bohne kommen. Ne, wirp, 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 wirp. Oh, Bohne. Achtung. Oh, trifft das Tier? Ne, der, der. Alles klar. Alles klar. Das trifft gut. Böhnchen weg. Nice. Nice. Richtig gut. Äh, jetzt bitte hier diesen... Mann, wie nennt man das denn? Ne, wirklich alles, nur nicht den. Oh, Gott. Mit der Krepier einfach. Oh, da kommt eine Bohne. Wohin? Oh, Gott, ne, okay, alles klar. Oh, den... Boah, den... Boah, ich weiß nicht. Ich komme auf den nicht klar. Ja, gut. Kann ich mir da arbeiten. Das war ja wirklich traurig. Das war ja einfach nur traurig. Ja, aber mal... It is what it is. Okay, wenigstens eine Ecke früher. Och. Boah, kaputt. Okay. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Ja, okay. Kannst du nur noch einen Hit? Ach, ich muss auch mal ein Special einsetzen. Uh, das ist gut. Mach'n wir das doch so. Obwohl, wär's vielleicht besser, sich das Special zu sparen für... ...wenn das Schloss gleich losläuft. Wär vielleicht klüger gewesen, ne? Nein, nein. So. Jetzt kommt gleich wieder der Toupet angeflogen. Oh Gott. Nein. Nein. Oh, ich glaube, das war richtig gut. Ich glaube, wir waren richtig knapp davor. Oh nein. Das ist ja wirklich... Oh, ich hasse diesen Boss so sehr. Oh mein. Oh, nicht dieser Monsterball. Hat eigentlich irgendjemand... ...in der Geschichte der Menschheit... ...schonmal einen Monsterball wirklich... ...also aufgeleckt? Nicht irgendwie mit dem Hammer aufgeschlagen, sondern wirklich... ...selber... ...in seinem eigenen Wort wirklich speichelt? Das ist auch so eine wirkliche Süßigkeit, ne? Was haben sie sich dabei eigentlich gedacht? Vor allem habe ich die... ...irgendwann vor ein paar Jahren habe ich die nochmal gesehen. Und ich fand es ganz witzig, weil als Kind kommen die dir ja wirklich riesig vor. Die sind gar nicht so groß. Ich meine, du bist ja trotzdem... ...wochen mit beschäftigt. Oh fuck. So gut. Aber... Okay. Weniger reden... ...mehr Skill. Oh, komm ran hier. Bitte nicht den... ...den Milkshake-Tüten. Ja, okay. Mach gar nicht mehr Arbeit. Okay. Okay. Mach's gut. Nein. Oh, das war unglücklich. Unglückliches Timing. Aber wie... Wie nennt man das? Was ist das? Das hat so ein bisschen... Was für eine Süßigkeit soll das sein? So ein... ...so ein toneförmiger... Keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Scheinlich so eine amerikanische Süßigkeit. Ja, sehr schön. Also der ist wirklich... Der ist geschenkt. So. Ja, wenn ich es jetzt nicht verkacke. Ich wollte... Mann, ich wollte die Brune wegmachen. Ja. Yeah, ja, ja. Alles gut. Schnapp's Ding. Okay. Ist nicht schlimm. Ein HP kannst du verlieren. Macht nix. So. Ich war eigentlich vorbereitet. Aber das ist gut. Ist das schon der dritte? Das... Ich bin in die falsche Richtung gedasht. Oh Mann, da bekomme ich schon den Gegner, den ich mir... ...den ich mir wünsche. Und dann passiert sowas. Oh Gott. Was mache ich? Mein Gott. Konzentrier dich mal, Julian. Was ist denn hier los? Hm. Nee, Herrgott. Noch eins. Okay. Erstmal wieder Üne. Wieder bei Üne. Ja, sehr schön. Gut, gut, gut. Nein, 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 nein! Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich glaube, das Problem mit meinem Daschen, wenn ich weglaufe und dann in die andere Richtung will, ist, dass ich Daschen zu früh drücke, bevor ich die andere Richtungseingabe habe. Ich bin da ein bisschen zu hektisch, glaube ich. Ich? Und hektisch? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Mach jetzt hier weg, den Waffelmann. So. Jetzt bitte den... Kaugummi-Heini. Nein! Oh, das ist... Oh, das ist wirklich... Auch dieser Delay-Splash da an den Seiten bei ihm. Da kriege ich ja die Krise. Mal aufpassen, genau. Blume. Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das, Leute. Oh, nein. Aber es werden ein paar Folgen an dem Boss. Es werden ein paar Folgen. Okay, wenigstens am Anfang. Da sind noch keine Bohnen unterwegs. Das ist gut. Sehr gut. So. Jetzt bitte die Einfachen. Ja. Ja. Damit können wir arbeiten. Können wir das jetzt wieder so verhunzen wie eben. Wie sieh. Okay. Alles cool. Ohne erstmal weg. Viel kann der auch nicht mehr haben. Genau. So. Sehr schön. Jetzt bitte Kaugummi-Automat. Ja, Waffel ist auch okay. Aber da habe ich auch schon oft reingeschissen bei der Waffel. Oh, und die macht jetzt auch noch den Scheiß. Okay. Lass mal das weg. So. Gut, 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 gut. Yes, 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 yes. Oh, Leute. Das ist ganz strong hier. Nein, sie ist gerade weg. Ah, okay. Sie ist wieder da. Alles gut. Wir können jetzt einfach ruhig bleiben. Sehr schön. Ruhig bleiben. Huuu. Nicht noch mehr Toupets. Nein, bitte stirb. Oh, Gott. Oh, Gott, oh, Gott. Oh, es ist getan. Es ist getan. Oh, es ist getan. Oh, Gott, war das ein furchtbarer Boss. Oh, fürchterlich. Dafür gibt es jetzt zwei Minus für die Leistung. Komm, ist egal. Nehmen wir. Wir nehmen, was wir kriegen können. So. Jetzt haben wir einige Wege, ne? Hm. Wir gucken erst mal hier oben, was hier kommt. Ah, wer bist du denn? Ich krieg den nicht. Es sei denn, ihr nehmt eine Abkürzung. Das haben so ein paar Gabauken letzte Woche gemacht. Nur so konnten sie mir bei den Attraktionen zuvor kommen, okay? Oh, hier die Abkürzung ist ja. Wo soll ich? Wahrscheinlich hier hinten, oder? Okay, ich habe offensichtlich tatsächlich direkt die Abkürzung gefunden, aber wohin? Ach du meine, wo bin ich denn jetzt? Wollt ihr mal eine kleine Schau sehen? Hm, lieber nicht. Angeblich ist jonglieren fast so schwer wie parieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Anfang ist schwer, aber schon bald kann man sich fließend miteinander verbinden. Mhm. Kollege, du machst es damit. Ja, drei Bälle, okay. Hoffentlich schaffe ich irgendwann mal vier. Ja, okay, ich habe nichts gesagt. Vier auf einmal. Ja, das wäre was. Ja, das wäre definitiv was. Ah, hier würde es in die nächste Insel gehen. Wo machen wir den Brumschen? Ah, das ist ja wieder so was. Ah, wir könnten sowieso... Warte mal. Können wir hier noch in den Shop wieder, oder müssen wir dafür immer zurück? Ist die Karte? Ne, wir müssen tatsächlich... Ich weiß halt nicht, ob da so sinnvolle Sachen sind, die wir kaufen können. Wir können ja mal kurz gucken. Ne, das ist der Energiestrahl, das ist, wenn wir mal komplett aufgeladen sind. Ja, und die Rauchbombe ist natürlich... Das mit dem Sprinten. Das ist mal gut, ist manchmal auch ein bisschen schwierig, weil du nicht weißt... Weil du dich halt nicht siehst. Wenn ich mich dabei sehen würde, wäre es deutlich einfacher, aber dann wäre es keine Rauchwolke. Wir gehen jetzt zur Flug-Action. Karrier-Switcher. Switcher. Ja. Ja, guck mal, hier machen wir schon wieder mit dem... mit dem roten Baron. Okay, wir müssen seinen Kopf brechen. Ah, beruhig dich mal. Okay, also... Ja, um Himmels Willen. Dass wir das Haus nicht treffen können. Wir müssen seinen scheiß Kopf treffen. Knaps Ding. Oh, das war knapp. Haha. Jetzt habe ich den Dreh raus, Kollege. Okay, ich gebe... Ich nehme was. Oh Gott. Das ist ja ein ewig langer Kampf. So, das ist ja auch schlecht betroffen. Jetzt nochmal richtig. Mir ist gerade aufgefallen, der Sound ist das einfach der von den Gothic-Dingern. Von den, äh... Von den Ebenenschreitern. Ne, das war WoW. Mein Fehler. Äh, aber aus dem Gothic... Heißen die denn nochmal? Irgendwas mit S, glaube ich. Komm ich jetzt nicht mehr drauf. Auf das Gothic-Remake habe ich ja auch so Bock. Aber jetzt nicht ablenken lassen. Das geht ab. Na klar. Was gibt denn da für Geräusche dabei? Hallo, entspann dich mal. Mein Gott. Ja, direkt nochmal den Scheiß. Versuch das mal einfach nur... Zu dodgen. Ja, sag mal. Macht der jetzt nichts anderes mehr? Tja. Geile Wintergrund läuft der Ritt, der Walkür ich liebst. Okay, haben wir. Sehr schön. Okay, er macht wirklich nur noch den Shit. Wir müssen aufpassen. Vorsichtig, wir haben nur noch einen HP. Ruhig bleiben. Okay, nächste Phase. Oh Gott, ich fand den vorher ein bisschen... ein bisschen ansprechender, muss ich sagen. Ey! Ey, ganz ruhig, ganz ruhig. Was soll das denn da? Hier hinten... Das hilft mir nicht! Oh Gott. Was sind denn das hier für Flugmanöver? Hilfe! Vorsichtig! Eugene! Weißen eigentlich alle bei mir immer Eugene oder so. Oh, fuck. Okay. Der war ärgerlich. Das ist immer noch nicht so weit, wie ich dachte. Mein Vater hat Muckis, ich hab Köpfchen. Klar. Logisch. Ja, das bin ich besser als das Ei tatsächlich. Das Ei tatsächlich. Mann. Wieso ist das Ei so eine Herausforderung? Wieso? Wieso? Ich hab noch einen HP. Ich weiß nicht, warum ich mich mit dem Ei so schwer tue. Das ist... Das ist ja furchtbar. Dass ich auch seinen Kopf treffen muss. Warum kann ich nicht den ganzen Kippen treffen? Also, mit Häuschen. Ja, noch ein bisschen schneller die Eier rausballern. Logisch. Ach, ja, klar. Entspann dich mal. Okay, hier machen wir wieder ganz entspannt. Kleiner Flieger. Na, joho, 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 joho. Oh, das ist immer aber fast... Ich bin uns fast in die Scheiße geritten. Vorsichtig. Vorsichtig. So, ist gut. Dankeschön. Ja. Durchbleiben. Muss blitzeln. Da kommt wieder der Ritter-Valkyre. So, ich fliege einfach hier unten ein bisschen rum. So, ist gut. Ich mach die Bombe erst in der nächsten Phase. Keine Sorge. Ich hab das schon gesehen, dass ich da... Wahrscheinlich auch schon seit längerem... ...Energys gehabt. So. Die hauen das nämlich direkt dem Junior in die Fresse. So will ich das sehen. Hey, hey, hey. Mach dich mal wieder kleiner. Was soll das denn? Aber das mag ich nicht. Nee, find ich nicht okay. Okay. Alles gut. Das ist so ein Ausdauerkampf, richtig. Meile Güte. Kann ich denen auch ganz schlecht mit seinen... ...für mit den Raketen kann ich denen ganz schlecht treffen. So muss ich bleiben. Ja, stark. Sehr gut. Gutes Dodge-Manöver. Läuft hier. Einfach immer drauf da. Aus dem Junior mach ich... ...mach ich Spiegelei. Kreativer Sport, wenn man gegen einen Vogelboss kämpft. Deswegen mach ich Spiegelei. Wahnsinn. Much Kreativität. Okay. Sehr schön. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Und jetzt die Fusion. Was ist das? Oh Gott, das ist der Vater wieder. Ja, aber... Ach, da hätte ich die Bomben nehmen sollen. Oben. Oben über ihn fliegen mit den Bomben. Ich könnte sowieso die Bomben mal hier benutzen, ne? Vielleicht kann ich ja die... Ja, okay. Ich dachte, dass man die vielleicht kaputt machen kann, die Eier. Der Bombe. Ist aber nicht so. Oh, scheiße, Mann. Okay, ich hab mich... Hab mich vielleicht selber ein bisschen durcheinander gebracht. Gegen ihn ist, glaub ich, schon das Schießen hier besser. Muss man einfach nur mit ganz viel Ruhe spielen. Genau diese Ruhe, die meinte ich. Ach, scheiße, Mann. Das ist doch nicht so schwer. Oh, ja. Nein, hier können wir erst echt mal eine Bombe retten. Kann man gleich machen, Männer. Immer schön auf den Kopf. Ich weiß ja nicht, ob die Bomben so viel mehr Schaden machen, dass sich das hier lohnt. Oh mein Gott, treffen müssen wir aber schon. Ja, so ist gut. Ist gut. Okay, 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 okay. Alles ist gut. Auch sehr optimistisch mit einem HP zu sagen, dass alles gut wäre. Aber naja. Oh, nein, scheiße. Ich hab's nicht geschafft, nicht klapp zu machen. Oh, nein. Hm. Vielleicht echt mit den Bomben warten, ne? Eigentlich, ich mein, wir haben's ja jetzt geschafft. Bis zur, ich glaube schon, letzten Phase. Und da können wir dann mit den Bomben anfangen. Ich glaube, jetzt hier. Wie sagt man? Schuster bleibt bei deinen Weißen oder sowas? I don't know. Keine Ahnung. Mit Sprichwort, dann kenne ich mich nicht aus. Wer nachts den Tango tanzt, den Weißen die Mücken im Sonnenlicht oder sowas. So, weg mit ihm. Ach, Alter, das hätte nicht passieren müssen. Bombe. Super Bombe. Oh, das macht ja alle, alle Piepmatze weg, die der da losschickt. Okay. Ah, das hätte ich wieder kommen müssen. Naja, gut. Wie viele Federn hat der überhaupt? Wie viele Federn hat ein Vogel so? Ich hab gehört, dass man als Mensch hat man echt so um die hunderttausend Haare. Manche mehr, manche weniger offensichtlich. Aber mir wurde gesagt, dass ich wahrscheinlich so um die hunderttausend Haare haben werde. Wie viele Federn hat wohl so ein Vogel? Wir haben ja auch noch da drunter Federn. Das ist ja nicht nur das, was man von außen sieht. Das ist nicht immer nur das, was man an Oberflächlichkeiten sieht, Leute. Kommt auf das innere Federkleid an. Ah, aua, Gott. Haben einen gefressen, doch auch. Mann, oh. Ach, Herrgott, noch eins. Das ist halt so scheiße, ne? Ich fliege. Das ist so eine fiese Taktik. Ich fliege nach vorne, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe, auf die Eierschalen zu reagieren. Und dann ballert der mir wie ein Maschinengewehr direkt das nächste Ei in die Fresse. Genau sowas passiert dann. Ja, und dann ist wieder hinten die Schale. Wirklich von allen Seiten wird hier konstant angegriffen. Und wieso haben die eigentlich kleine Nägel, diese Vögel? Das sehe ich ja jetzt erst. Nein, ach, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. So, jetzt einfach nur ausweichen. Wir schaffen das. Alles ist gut, solange du wild bist. Das war knapp. Das war richtig knapp. Vorsichtig. Vorsichtig. Jetzt kommen wir da nicht dran. Oh, da hätte ich kurz auf die Bomben wechseln sollen. Das wäre cleverer gewesen. Aber egal. Jetzt gibt es die Superbombe. Dem Junior in die Fresse. Und dann schnell hier raus. Spam. Spam. Oh, das war ein knappes Manöver. Heikel. Heike, heikel. Gute Freundin. Müsst du hier noch raus. Ja, 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 ja. Das gefällt mir. Wir treffen gut. Wir treffen gut. Kann man hier rausschleichen. Alles ist tippitoppi. Ich komme hier raus. Oh, scheiße. Wieso passiert sowas eigentlich immer, wenn man gerade sagt, oh ja, läuft gerade richtig gut. Ah, ärgerlich. So, wir müssen jetzt diese Phase, die erste Phase, die müssen wir jetzt mal richtig hinbekommen. Scheiße, Mann, was kannst du dir nicht auf? Wieso kriege ich das nicht hin? Ich glaube, wir können das ein bisschen steuern. Weil er schießt die Eier ja nur, wenn ich direkt vor seiner Nase bin. Also ein Schnabel. Ja, das ist natürlich richtig gut gewesen. Und schon wieder sind wir bei einem HP. Ich kriege die Prise. Aber ein kleines bisschen besser war es trotzdem gefühlt. War natürlich trotzdem nicht gut, weil wir immer noch nur ein HP haben. Vorsichtig. Schon sehr cute, wenn man sich zu so einem kleinen Flieger macht. Mit der Propeller-Nase. Komm jetzt hier. Jetzt spiel die Phase mal vernünftig. Ja, das. Das kannst du mal öfter machen. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hier als kleiner Scheißer öfter rum. Ey, das ist wirklich... Ich krieg die Krise. Wir kommen aber in die nächste Phase hier. Meine Güte. Wieder nur ein HP. Bisschen früh rausgegangen aus der Phase. Magistrat, will ich mir die Bombe aufheben für Junior? Oder will ich... Will ich den Familienoberhauptvogel erstmal? Das muss man auseinandernehmen. Wir bleiben jetzt mal hier. Junior kriegt wieder die Rakete ab. So, komm, nächste Phase. Komm schon. Oh, nice. Oh, da war das Durchballern mal sinnvoll. So, jetzt komm, hey Eugene. Oh, fuck. Oh, fuck. So, doppelfuck. Das ist gut. Das ist unter Kontrolle. War knapp. Oh, sehr schön. Die sind kaputt. Die hat ja auch nicht viel, was abgeht. Das ist wirklich jedes Mal so, ne? Die hat ja nicht viel, was abgeht. Und tot. Ich würde sagen, bei einem Blick auf den Tacho, dass das hier ein fantastischer Punkt ist. Und wieder einmal die Boss-Mechanik hier so im Kopf, die Synapsen, die Verbindungen müssen her. Und dann muss es an die Finger beim nächsten Mal gesendet werden. Und dann, dann liegt dieser Vogel. Dann machen wir uns hier einen schönen Chicken Wing. Weiß gar nicht, ob das Wienchen ist. Wir machen uns, was auch immer. Wir machen uns auf jeden Fall Spiegelein nächste Folge. Und der Boss liegt auch. Macht's gut. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns.